Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Dame mit der Umhängetasche, rennen Sie nicht! Ich muss zur Uni, ich hab nur noch 5 Minuten. Aber muss man deswegen so rennen? Will sie so rennen, ist ihr Gesäß in Bewegung. Das wirkt unmoralisch. Dann glotz mir eben nicht so auf den Arsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017